... ... ... Was macht ihr denn heute hier? Wir machen heute ein nicht klamaukhaftes Format, sondern eher ein bisschen seriöser zum Thema Verschmelzung von Internet und der Filmindustrie oder der Filmbranche, wie man auf Deutsch sagt. Weil das ist wirklich ein brisantes Thema und ich glaube, dass sich wahnsinnig viel auch verändert derzeit in der Filmindustrie und auch wahnsinnig viele Türen aufgebrochen werden und viele Türen aufgeben und die ganze Filmindustrie beziehungsweise das Internet eine extrem demokratische Plattform ist, in der sich alle möglichen Menschen, Filmemacher, Kreative präsentieren können. ... ... ... ...